Ja und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Aufnahme Watch Talks hier mit mir und ja ich wünsche euch viel Spaß beim Auftrag. Wir machen eine schlechte Beifahrung, nur so zur Info, wo er jetzt die letzte Folge nicht angeguckt hat. Die Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereitelt. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein Speicher ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Können Sie hier irgendwas erreichen? Das war noch nicht was. Ups. Mach jetzt. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigem. Was? Polizei Verfolgung. Polizei Verfolgung bestehen aus drei Phasen. Scan. Weichen Sie den gelben CTOS Scan Bereichen aus. Verfolgung. Hängen Sie die Polizei ab, indem Sie den Sichtkontakt unterbrechen. Okay. Suche. Verlassen Sie den grauen Suchbereich oder verstecken Sie sich, bis der Timer abgelaufen ist. Alles klar. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigem. Oh. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigem. Ja. Soll ich das Auto verlassen? CTOS Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigem. Schnell weg. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CTOS Scan nach Flüchtigem. Ich bleibe jetzt genug. An alle Einheiten. CTOS Scan initiiert. Ja. Seid mal ruhig jetzt. Oh. Oh. Diese flucht. Was weiß ich. ja du hast gesagt ja okay doch nicht an alle Einheiten oh oh okay 0% ach so ich muss da hinten ich muss ja da hinten hinkommen jetzt habe ich es verstanden das heißt ich darf hier nicht irgendwo stehen bleiben oder so bis es die bis der CTOS-Scan oder weg ist sozusagen wo sucht ihr denn jetzt ganz schlecht aber hier muss ich ja hin irgendwo hacken okay bin ich plötzlich nicht mehr im Auto ich hoffe du hast eine Einladung sonst bist du tot ich bin der Fahrer scheiße man was hat so lange gedauert hast du ein Auto das Ding ist völlig platt nein meine Regeln dein Auto das ist der Job also gut dann komm wir müssen was ist das für ein oh die sind komplett zerschossen oh ist das hell unauffälliges Fahren okay wie sie suchenden Gegnern entkommen verlassen sie das Suchgebiet unbemerkt sie können auch mit F in einem Fall Achtung auf kurzer Distanz können Gegner sie in ihrem Auto trotzdem erkennen treten sie aufs Pedal um ihr Fahrzeug wieder zu starten es ist alles schief gelaufen Eddie ist tot ich hab ihn da liegen lassen du Scheiße oh man die Bullen kamen aus dem Nichts so eine Scheiße folge einfach der Strecke und halt die Augen offen ich muss erst mein Ding markieren hier hin okay das wäre raus die Bullen suchen uns deine Strecke ist Selbstmord setz still und halt den Mund halt dich an den Plan ich weiß was ich tue und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot halt den Kopf unten Leitstelle wir kümmern uns um die Gassen und versuchen ihn rauszutreiben verstanden alle Brücken der Umgebung sind oben außer Wells aber da kommt gleich Verstärkung raus also ich werde ich hier einfach tun also wie lautet der Plan sprich mit mir du musst dich beruhigen die ganze Insel ist dicht wir bleiben in den Seitengassen Parkhäusern immer außer Sicht sobald ich den Motor und die Lichter abstelle verhältst du dich ruhig dann sind wir nur ein geparktes Auto verstanden? ja ja okay scheiße meine Hände hören nicht auf zu zittern hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? zu viele pssst na komm man sprich mit mir ich flipp gleich aus vielleicht vielleicht lebt Eddie noch er wurde im Bauch getroffen hab mal gehört das sei nicht so schlimm ist das wahr? sowas kann in beide Richtungen gehen wenn die Kugel nicht durchgeht wird es zu bösen Kollateralschäden hör mal die Cops werden antworten wollen also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus reskortiert du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen wie viele davon haben überlebt überlebt konzentrieren wir uns darauf dich hier rauszubringen mein Gott Mann mein Gott ich hab Eddie gedicht lol okay das ist so schnell geht hätte ich jetzt auch nicht gedacht ach du scheiße okay alles klar es ist alles schiefgelaufen Eddie ist tot ich hab ihn da liegen lassen oh man die Bullen kamen aus dem Nichts so eine Scheiße folge einfach der Strecke und halt die Augen offen die Bullen suchen uns deine Strecke ist selbstmord ho ho setz still und halt den Mund halt dich an den Plan ich weiß was ich tue und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot? halt den Kopf unten okay los bleib schnell wir kümmern uns um die Gassen und versuchen ihn rauszutreiben verstanden alle Brücken der Umgebung sind oben außer Wells aber da kommt gleich Verstärkung rein okay 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 wo muss ich denn hin? mein mein Ziel ist nicht da so ich müsste jetzt eigentlich nur geradeaus scheiße so wie lautet der Plan sprich mit mir du musst dich beruhigen oh oh die ganze Insel ist dicht wir bleiben in den Seitengassen Parkhäuser immer außer Sicht sobald ich den Motor und die Lichter abstelle verhältst du dich ruhig dann sind wir nur ein geparktes Auto verstanden? scheiße okay scheiße meine Hände hören nicht auf zu zittern hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? zu viele boah wo fährt jetzt der Polizeiwagen da hinten hin? nach links na komm Mann sprich mit mir ich flipp gleich aus vielleicht vielleicht lebt er die noch hä? boah er wurde im Bauch getroffen hab mal gehört das sei nicht so schlimm ist das wahr? sowas kann in beide Richtungen gehen wenn die Kugel nicht durchgeht wird das zu bösen Kollateralschäden hör mal die Cops werden antworten wollen also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen wie viele davon haben überlebt überlebt konzentrieren wir uns darauf dich hier rauszubringen okay jawoll habe ich geschafft oh 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 fuck man die sagten ja du wirst geschafft okay müssen wir das da hinten erreichen wow also da muss ich sagen das war sehr einfach okay da sind wir geschafft wir treffen ein paar Leute hier vermassel es jetzt nicht verdammt nochmal es ist Lucky Quinn der Boss vom Club was will der er trifft sich nicht mit uns sondern mit dir jemand wusste was ich habe keine Ahnung was passiert ist das sollte gar keiner sein ich meine das ist eine Computerfabrik oder ich drehe mich um und der Alarm geht los die Bullen waren so schnell da ich hab nicht scht ruhig jetzt es ist vorbei Sohn wenigstens habe ich es stimmt's darum geht's doch genau darum geht es tatsächlich so funktioniert die Welt nicht viel Raum für Fehler oh das verstehe ich Mr. Quinn es war aber nicht mein Fehler wirklich nicht beruhige dich es ist gut beruhigt hast du deine Mama angerufen deine Freunde dein Mädchen nein Sir ich war in eine das ist gut sehr gut Mr. Quinn wenn ich noch eine Lieferung brauche wenn ich noch eine Lieferung brauche statt einen Gefallen getan wenn ich ihn erledigt hätte aber genau das will ich ja nicht mehr machen es kommt immer alles zurück das tut mir leide muss ich kurz unterbrechen denn ich möchte gern schauen achso es gibt noch nichts wieder passieren hey wie war's hast du den Job erledigt hast du etwa gedacht ich arbeite gerne für den scheiß Club ein Barschek ist ein Barschek und weil du fragst Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut Spielfortschritt sehen sie sich in einem Spielfortschritt auf dem Smartphone um ok will ich jetzt aber nicht angucken was kann ich denn hier einkaufen ein Kaffee jawohl ein guter Tag zum shoppen kauf hin keine Rückgaben ok jawohl einmal Kaffee getrunken was ist denn das ey warum sind da zwei ok spiele ich jetzt mal Überlebenspuzzle ich habe etwas für dich wir müssen uns treffen treffen etwa persönlich soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen keine Maske folge einfach meinem Signal ich dachte du wolltest keine treffen das stimmt aber es muss sein ja ich treffe äh mich gleich mit dir sofort so oh oh ok scheiße jetzt hat er mich schachmat ja sehr gut fuck erneut spielen und los gut schwarz denkt nach was ist das überhaupt für ein Bug das sind zwei Personen äh da hin ok schach fick dich Hure so ein scheißspiel fuck ich habe keinen Bock ey ich hasse schach Hure 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 so verbrechen erkannt finde ich schlecht finde ich ganz schlecht so hier könnte ein Verbrechen sein ok ich will nicht sterben ich verstecke mich jetzt einfach mal hier Kamera da wären wir er muss ganz in der Nähe sein potenzielles Opfer breche Wahrscheinlichkeit ich habe eine Nachricht für dich von Lucky eingreifen verbrechen 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 neutralisiert ok scheißidiot da muss ich jetzt gucken was ist das ich möchte mal ganz Geldautomat oh ja oh ja jetzt heben wir mal richtig fett Geld ab nein habe ich nicht ich habe keine Waffe wo hat die denn eine Waffe gesehen weiß ich auch nicht wo wo steht ein Auto Brücke wo ist jetzt der Geldautomat da halt ran toll wenn ich einmal da durchfahren kann Remote Profil ok Auftrag akzeptieren Geldautomat jetzt bin ich gespannt wie viel Geld ich abhebe so wie ich es nicht lesen kann dann hör rein legen wir los what go ok was muss ich denn mal das Geld jawoll oh oh Jackpoint 1 mach du scheiße jetzt geht er nach Zeit oh ok 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 ja mach was du willst mir egal oh scheiße der kriegt mich eh nicht oh ich glaube Gemma Musik scheiße weiß ich gerade gar nicht hört sich hört sich voll nach Gemma Musik an oh ich gewinne das locker ich gewinne das locker ich gewinne das locker oh fuck shit was ist das was war das was war das was ist die Bullerei okay so scheiße 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 das geht ja nach Zeit Was hat er mir da alles hingestellt? Ampel gestört ich mir jetzt egal, was du mir alles machst. Fuck. Alter. Ja, guck mal. Oh Gott, er hat eine Waffe gefunden. Komm, gib Gas. Gib Gas. Das schaffe ich. Oh, wenn ich die ganze Zeit die Bullen töte. Oh, wo ist er? Alter, wie werde ich das denn? Fuck. Fuck. Fuck, ich habe ihn nicht. Oh, fuck. Shit, 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 shit. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ja. Oh, Gott. Das hat doch super geklappt. Oh, Gott, was ist... Oh, shit. Oh, shit. Boah. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Oh, shit. Das ist ja Puh. Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Gut. Würde ich sagen, ich kann nichts machen. Ist verlassen. So. Würde ich sagen, was ist auch hier für diese Folge. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.